Ich bin der Hitcher, wir spielen Sniper Elite 4, habe gerade eine Waffe zerstört und die Leute suchen noch nach mir, deshalb muss ich mich jetzt erstmal verstecken. Wir müssen da oben hoch zur Abtei und müssen alle erledigen. Irgendwo, hier irgendwo rumkommen. Wir müssen dort alles erledigen, was zu erledigen ist. So. 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 Wir machen ihn mal gerade ab. Das ist wieder ganz viel. Gut. Oh, was? Das kann nicht gut enden jetzt. Ich muss erst mal weg. So, jetzt sind wir schon wieder in diesem Haus hier. Das geht mir ja ein bisschen gegen den Strich. Aber? So. So, haben wir erst mal Zeit ein bisschen nachzuladen, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Okay, die sind zumindest nicht mehr am suchen. So. So, jetzt versuchen wir mal jetzt Niki-Piki vorzugehen. Da war doch ein geholt. Niki-Piki? Halt es bloß die Augen offen. Bist. Wir haben mich schon wieder entdeckt. Mist. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Ja. Hallo? Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, ein von links. Oh. Leute. Leute, Leute, das Spiel nervt mich. Ungemein. Ich bin nicht verstecken. Ich muss nur ein bisschen Niki-Piki vorgehen. Oh. Wir müssen. Was ist das? Findet sie doch mal heraus, was? Wir müssen ihn finden! Ich hab da doch was gehört! Junge, Junge, ist das spannend hier, ey! Oben muss ich ne Waffe zerstören, da komm ich aber so nicht hoch! Aber vielleicht über die Kiste hier! Komm! Da muss man doch hoch können! Nein, leider nicht! Okay! Da ist ne Leiter! Das ist ein Typ! 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 Oh, oh, oh. Ich hab da noch was gesehen, hä? Steck auf, Türke! Auf, Fettmann! Ich denke, ich habe alles, was ich kann. Was? So, die noch durchsuchen hier. Nichts anderes zu finden. Ich denke wir gehen erstmal rein. Und versuchen noch ein paar... Beziehungsweise kommt, wir haben mal einen Timer da dran. Gucken was passiert. Okay, da ist... Sie sind jetzt alarmiert worden. Da sind auch die zwei, die ich eben vermisst hatte. So, haben wir wieder einen erwischt. Jetzt müssen wir den anderen da kriegen. Da hinten ist er. Jetzt sind sie alarmiert. Oh Gott, Verstärkung drückt an. Oh, dann haben sie uns erwischt wieder. Ja, war nicht so eine gute Idee mit der Kanone. Hätten wir uns besser mal Sneaky Peaky angelockt. Aber das soll es mal für diese Folge gewesen sein. Es ist schon wieder lange geworden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Hitcha. Tschüss. Tschüss. Tschüss.